Es ist so spannend, was aktuell passiert. Der DAX implodiert gerade und macht damit eigentlich das einigermaßen wahr, was sich charttechnisch ja zumindest schon mal angedeutet hatte. Wir hatten mehrmals darüber ja schon gesprochen und ich hatte ein paar Videobeiträge dazu gemacht. Noch mal ganz kurz so fürs Augentraining hier. Wir sehen, dass der Markt hier immer das, was gegen den Trend war, relativ verhalten war. Hier ist es ein bisschen doof, weil es ein bisschen so raus, hoch und runter wandert. Das ist manchmal nicht so einfach zu erkennen, vielleicht jetzt eher im Nachhinein, aber trotzdem, um das Auge ein bisschen zu konditionieren, können wir eben sehen, die eine Seite, die sehr sehr scharf ist und die andere Seite, die bis jetzt schwach ist. Vielleicht gibt uns das sogar noch mehr Möglichkeiten nach unten. Theoretisch Platz wäre ja noch ein gutes Stück. Da noch mal hier den Kanal, naja Kanal ist übertrieben, aber den Bereich hier, wo wir durchaus eine ganz gute Chance sehen, dass der Kurs irgendwie mal in die Richtung kommt. Das kann so flach laufen, das kann natürlich auch viel steiler sein. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie das aussieht, aber das wäre eigentlich etwas, was sogar wünschenswert wäre, auch aus dieser bullischen Sicht, die wir ja durchaus noch vertreten. Ich bin gar nicht so super bärisch, aber für den Moment, sage ich mal, sind Ausverkaufswochen und dementsprechend sind die Chancen für tiefere Einstiege dann vielleicht noch mal gegeben. Darauf will ich aber gar nicht so sehr rauf hinaus. Ich habe heute für den Trade des Tages eigentlich schon mal sowas wie den S&P 500 im Plan gehabt. Da haben wir uns aber noch dagegen entschieden, den jetzt dafür zu bringen, sondern den Nasdaq. Den könnt ihr euch selber durchlesen, wenn ihr den Trade des Tages euch anguckt. Da habe ich eine Idee, die sowohl stimmig ist im übergeordneten Bild und tatsächlich ein bisschen eigenartig aussieht. Auf der anderen Seite aber genau die Kriterien erfüllt, die ich gerne eben erfüllt sehen möchte für den Handel. Aber kommen wir zurück auf den S&P, den können wir hier mal am Chart durchspielen. Denn witzigerweise hat das überhaupt nichts mit der Idee vom Nasdaq zu tun. Das ist sehr eigenartig. Deshalb habe ich mich überlegt, soll ich das andere überhaupt bringen? Aber tatsächlich, ich glaube, es ist gar nicht so schlecht. Gucken wir uns den an. Eigentlich herzallerliebst Schub in die eine, A, B, C in die andere Richtung. Und tatsächlich wäre das hier schon ein möglicher Trigger. Aber ihr seht das hier schon ein bisschen an dieser Chance-Risiko-Relation. Das hier, ich kann das mal so ungefähr abschätzen, das wäre unser Initial-Risiko, wären in etwa 43 Punkte. Man kann das hier so ein bisschen erkennen. Und unser Ziel wäre bis zur 100er Marke 37. Also nicht mal eine 1 zu 1 Relation. Ja, man kann vielleicht schon den Stopp ein bisschen nachziehen, je nachdem, wie eng man hier operieren will. Zum Beispiel dann hier auf dieser Marke. Das würde gehen. Aber ich hatte erst überlegt, sollen wir das machen? Das Problem ist allerdings, dass wir erwarten ja eine Bewegung so ähnlich wie diese hier. Na, das ist jetzt ganz schlecht, weil das komplett, also so eine Bewegung. Aber wir wissen, solche Bewegungen sehen manchmal so aus, manchmal sehen sie aber auch so aus. Beides ist in Ordnung. Beides ist auch durchaus impulsiv. Aber ihr könnt euch schon ausmalen, was das für Schwierigkeiten bringt. Ich muss jetzt ein bisschen tricksen. Man wird dann unter Umständen hier gerade getriggert, dann kommt der Markt ganz typisch, ganz normal zurück nach oben. Jeder wird sagen, ja, cool, das war die Korrektur, auf die ihr doch immer wartet. Und dann wird man unter Umständen an der Stelle ausgestoppt und dann hat man auch nichts gewonnen. Das ist dann auch nicht im Sinne des Erfinders. Deshalb habe ich diese Idee vorläufig nochmal zurückgehalten. Denn dieser Arm, den wir hier haben, diese Abwärtsbewegung, kann das hier so ein bisschen im kleinen Chart, 5 Minuten, 15 Minuten, kann man das nochmal sehen. Die ist eigentlich noch nicht so richtig korrigiert. Wir haben zwar hier so ein bisschen Knubbelbildung, da weiß ich auch noch nicht so richtig was mit anzufangen, ob das vielleicht sowas sein soll. Aber wenn jetzt dann tatsächlich sowas kommt, möchte ich ja bewusst nicht ausgestoppt werden hier mit dem engen Nachziehstopp, sondern das bildte mir ja wieder eine neue Chance. Deshalb habe ich das nochmal hinten dran gestellt und vielleicht kann ich das morgen nochmal als Trade des Tages vorstellen. Oder aber vielleicht, je nachdem wie die Entwicklung im heutigen Tagesverlauf ist, kriegen wir ja jetzt gerade diesen Rücksetzer, der vielleicht A, B, C oder vielleicht mehrfach so wackelig aussieht hier, wo wir dann sagen können, ah ok, letzte Hoch, vorletzte Hoch, das Tief dazwischen wäre der nächste Trigger für die Abwärtsseite. Das könnte hier in diesem großen, etwas größeren Bild dann so aussehen hier in der Art und uns anschließend nochmal dann nach unten die Bewegung bringen. Ihr seht, das Chance-Risiko-Verhältnis für so einen Trade wäre deutlich besser und da wir ja leider immer keine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit haben, dass wir richtig liegen, ist es ganz gut, wenn das Chance-Risiko-Verhältnis gar nicht so schlecht zu unseren Gunsten steht und in so einem Fall hätten wir das. So, den habe ich also zurückgehalten, den Trading-Vorschlag, den kann man nämlich wahrscheinlich nochmal besser kriegen, so zumindest mal die Hoffnung. Und deshalb gucken wir uns das mal an, wie sich das Ganze hier entwickelt. Nochmal der Hinweis, guckt euch den ruhig auf den Nasdaq an im Trade des Tages, da sind unsere Handelsmarken auch nochmal ganz konkret genannt. Ein etwas anderes Bild, nein, ehrlich gesagt genau das Gleiche, witzigerweise, aber trotzdem ganz anders. Mehr kann ich jetzt nicht mehr erzählen, die Zeit ist um. Deshalb euch an dieser Stelle erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Wir gehen zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020